Waren Sie schon mal in Budapest? Ja. Haben Sie da gesungen? Da habe ich ein Konzert gegeben, ja. Kann es sein, dass das mit diesem Mikro geschah? Das kann sein. Schauen Sie sich genau an, das müsste das Mikro aus Budapest sein. Könnte sein. Könnte sein. Sie sehen sie natürlich gleich. Around my heart. Man könnte auch sagen, Around the World mit Ihren Titeln. 20 Millionen in Amerika gerade gestartet. Eines der erfolgreichsten deutschen Schlagermädchen, die wir in der Welt haben. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit Ihrem neuesten Titel. Hier ist für Sie Sandra. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Darf ich bitten, gnädige Frau wieder Platz zu nehmen? Es geht gleich weiter. Ich gehe mal zur anderen Seite rüber. Und sage, Jörg, wir haben vorhin so ganz kurz...